es willkommen zu turi 3d und ja das hier ist mehr oder weniger 3d plattformer welches nur um die 1 euro kostet und ich habe gehört dass für den preis sehr sehr gut sein und deshalb werden wir es dann jetzt mal wo spielen ja ich werde mal gucken wie ich das schneide ja wir fangen an okay es gibt drei characters es gibt einmal turi hat gar keine fähigkeiten es gibt unseren fm oder sie ist es ne und es gibt kapette ohne joints ohne körperteile einfach nur so füße ok und dann spiele turi selector level wo wir müssen alle viele machen damit wir zum letzten level kommen okay fangen wir doch mal an mit glamour city das sieht ziemlich cool aus ok ok sehr interessant ich kann mit dem steuerkreuz so ganz ganz leicht mich bewegen die kameras mit zu sensitive besser aber nicht gut ok ich fange noch mal neu an so jetzt sollte die steuer ja jetzt ist die schon viel besser ok muss man erstmal ein bisschen herausfinden was bist du eigentlich was ist das was wie bin ich nicht auf ihn drauf gelandet was ich kann nicht auf ihn drauf springen ich bin ich mario hi guckst mich ein bisschen gruselig an bro komm mal ab danke ok also den kann ich nicht killen er kann nur mich killen kann ich überhaupt irgendwas killen oh ich kann dashen ich kann double jumpen ich kann noch so kleine hops machen so zack zack oder wenn man gedrückt hält ok die bienen scheinen nicht so zu sein als würde man die killen können also einfach ausweichen und weiter geht's boah das sieht echt cool aus das spiel spielt übrigens gerade auf der switch es gibt aber auch auf pc meine ich wo ist das ein checkpoint yeah ok hallo mario stern hau mal ab danke wie es fliegt küken können fliegen juhu super okay schon ziemlich cool wow 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 ha ha es gibt jetzt zwei wege oder gibt es da unten ein bonus sternchen secret sternchen nein die gibt es gar nicht okay wenn man runter fällt schätze ich mal das ist schwer nein überhaupt nicht bringen bringen jetzt gerade aus hier ich möchte 100 prozent spielen ja ich möchte jeden einzelnen stern knapp die checkpoints werden sehr früh aktiv ich glaube ich relativ da fahren wir den checkpoint ich kann sogar noch mal springen also ok man kann ja voll speedrun bling 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 okay das sieht schon cool aus nein ich muss neu machen ja ich hab mich alle kommt wirklich noch mal neu hallo bewegst du dich wow zumindest werden die sterne gespeichert und man hat keine continuous man macht einfach so oft wie man neu machen möchte immerhin mittig stehen da kriegt man auch die meisten ja ja jetzt hier geht es weiter ok wofür dahin okay ich hab wieder umbringen pro gamer am start das war knapp und weiß ok fährt der hin ach hier rüber das müssen jetzt schaffen ja 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 kommt hier noch einer wo wir sind sind okay jetzt passt auf jetzt habe ich gleich irgendwann anfangen zu zwei dinge übersehen und dann ja ich habe alle 1 hier ja kack auf den rang mir egal ich habe 100 prozent aber der fändnis irgendwie trotzdem nicht happy links level sie mamas harbour man kommt wie lange das spiel geht vielleicht mehr auf zwei videos draus und ein bisschen länger dauert das hat irgendwie so richtig sonic weil ich weiß auch nicht wie sicher ich habe kaum mit meinem leben gespielt und trotzdem hat das irgendwie sonic sieht auf jeden fall cool aus ok ich mag das aber hier wo man dass man hier so von den vor den tentakel abhauen muss beziehungsweise die helfen einem zum teil auch hier wie man sie sehen kann die aufpassen jetzt nicht in die rein laufen mag meine checkies blub 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 nein das ist nur weil ich abkürzen will wie ein skiller ha easy ich bin einfach ein gott in diesem spiel nennt mich number one speedrunner von turi 3d genau das bin ich nämlich wo 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 komm schon wo ja ich hab fast alle wo was ist denn da unten moment lassen wir erstmal checkpoint aktivieren was ist denn das da ist das Das sieht irgendwie wichtig aus ok ich kann nichts damit machen keine ahnung Vielleicht hat das Spiel irgendwelche Secrets, von denen ich nichts weiß Das kann sein Oh, oh Pfff Tut, tut Okay Ah, nein Oh, pfff Komm schon Alter Alter, diese Strömung Bro, ganz ruhig Ganz ruhig Mein Bro Mein Bro, mein Goal Yeah We did it We did it Yeah, yeah We did it Super Slide the ice Oh mein Gott, wie ich aussehe Oh mein Gott Wie cool So ein Backpack So ein Headphones So ein Schal Cool Ey, ich Die Grafik sieht richtig schön aus I like it Oh, you're slippery Oh, das Spiel ist allgemein schon ein bisschen slippery Aber hier Noch viel mehr Wow Ey, den nimmst du aber schon mit Ne, ja Blopp 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 Ah Ah Boah Steuerung Meine Damen und Herren Blopp Ich find die Füßchen so lustig Ist hier oben irgendwas Nein Oh, lass dich reinlaufen Nein, nicht reinlaufen Auch wenn ich den hier brauche Dankeschön Blopp Das ist ein cooler 3D-Plattform Muss ich ehrlich sagen Also ich hab ja nur um die 1 Euro oder so ausgegeben Bisher würde ich sagen Money well spent Das ist echt gutes Spiel Auch wenn das Zum Teil auch aussieht wie so ein kostenloses Spiel Aber dann wiederum Wie ein kostenpflichtiges Äh Fuck So, weißt du was ich eigentlich meinte Spiel sieht halt Oh, nein Ah So, was ich eigentlich sagen wollte Das Spiel Wirkt Wenn das Das Spiel wirkt so Als wäre es fertig Und es hätte es richtig viele Level zu bieten Ja, alle so aussehen Also nicht Genau so mit Eis und alles Aber ihr wisst schon, was ich meine Mit dieser Grafik Und diesem Level-Design Aber Gleichzeitig wirkt es auch wie ein kostenloses Spiel Weil es halt nur ein paar Level hat Aber Noch will ich nichts Negatives sagen Weil es gibt bisher nichts Negatives zu sagen Ehrlich gesagt Also wirklich Es gibt bisher nichts Negatives zum Anmerken I like it Wow Killed mich das Killed mich das Es macht nur den Spaß weg Okay Ja doch Spaß weg Killed mich schon Ähm Ähm Ja Oder so ein bisschen an 3D World Auch Ich springe einfach drüber Wee Da kommt noch viel mehr Wee Jetzt fehlen mir noch vier Stück Ich glaube die sind hier irgendwo Wow Der wollte mich fressen Man sieht den nicht Bro Aber ab ja Wo Wo Die letzten Sind das die letzten Vier Stück Ja Let's go Yes Neosaka Neosaka Oh Erinnert mich ein bisschen an Ähm Wie hieß das Spiel? Warte jetzt gucke ich das kurz Erinnert mich ein bisschen an Cluster Truck Und yo die Musik Cool Und man kann das sein dass es nur so aussieht Jetzt würden die fahren Oder fahre ich einfach Mit den Ich glaube das sieht einfach nur so aus Dass ich fahre Obwohl die wackeln aber Obwohl die wackeln Ich bin mir echt nicht sicher ob das wirkt Ob das nur ein Effekt ist oder ob die Wirklich fahren Ich kann das gerade wirklich nicht unterscheiden Das ist echt gut gemacht Okay nein Neinenein Ich habe gelernt Auf den hier auf den ganz schmalen Eispattformen nicht Rennen Außer hier muss durch Boah Bling 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 Ber stolz Zack つack Ich hab schon Zack Was hat denn? акс Space Invaders Und weress Alles aime Quindi Sind überall welche ganz oben habe ich um welche verpasst ganz hinten gab es gar eine hinten gab es keine tornadoes aber das ist wieder so ein spiel wo ich mir denke macht das überhaupt spaß das spielt sich zu spielen ohne alles zusammen ich meine es ist ja wie ihr jetzt sehen könnt nicht wirklich schwer alles hier zu sammeln das ist ja nicht versteckt das liegt ja eigentlich mehr oder weniger auf dem weg man muss halt nur ein bisschen richtig springen können und zack hier alles zu erreichen außer wenn man das spiel speedrun will dann kann ich das schon verstehen dass man das nicht alles einsammeln will ganz ehrlich irgendwie ich weiß nicht ob das so ein spiel ist was für speedrunning gut ist bitte von der tippen oder war so viele wagen weg aber es gibt ja noch zwei weitere charaktes vielleicht wäre das персонаж doch mal mit denen durch was meint ihr also bisher hatte ich bock du wirst du du wirst du dukt du 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 aber das gibt es auch auf pc so weit ich weiß auf handy glaubt aber nicht aber I don't know. Schau uns einfach nach. Oh, wow. Wow, wow. Bitte, bitte. Yes. Haha. Pro Gamer. Gib mir den, gib mir den, gib mir den. Okay. Warum sind da Fließbänder auf den Autos? Warum sind hier überhaupt so viele Autos, die die exakt gleich aussehen? In welcher Stadt leben wir hier? Was ist das für ein Poster dort hinten? Nee, nicht Poster, eher so ein Banner. I don't know. Oh, mir fehlen noch ein paar. Aber vielleicht sind die ja hier. Ja, sind sie. Wee. Yeah. Starry Sky. Wieder die Grathe vom ersten Level, glaube ich. Also zumindest sehr ähnlich. Oh, sind die unteren Level einfach schwierige Revisionen von dem, was wir gerade gespielt haben? Oh. Oh, mein Gott. Ich wusste, die sind böse. Oh, warum ist aber alles so, ja, so pinkhaft? Würde er rot sagen, aber es ist doch eher pink, glaube ich. Oh, jetzt nicht mehr. Bist du uns wieder lieb? Nein, der guckt mich immer noch an. Oh, mein Gott, weg hier. Ist hier ganz oben irgendwas? Nein? Einfach nur durchkommen? Okay. Checkpoint. Nein, ich bin doch nicht da. Egal, da war ja ein Checkpoint. Ist ja nicht schlimm. Also, Musik ist ganz okay. Ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt privat anhören würde. Aber fürs Game, fürs Game selbst, fürs Gameplan, alles, für die Atmosphäre, macht schon seinen Job. Oh, mein Gott, er ist böse. Ja, ich renne ja schon. Ich renne ja schon. Oh, der hat es so geschafft. Also, ich könnte jetzt da runter. Ich muss da sogar runter, oder? Oder? Wo muss ich denn jetzt lang? Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, okay, ich bin hier drauf. Gibt es hier irgendwo ein Secret? Oder wie, wieso kann man hier drauf? Oh, da hinten ist irgendwas cooles, ein Total, oder so. Okay. Oh, mein Gott. Hi. Oh. Hat mich gefressen. Nicht gut. Weee. Blopp. Oh, oh. Oh, ist wieder rot. Ist wieder rot. Renn, 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 renn. Ist bestimmt hinter mir. Habe ich recht? Nö. Aber jetzt gucken alle Sterne so gruselig. Vor allem der da. Oh, mein Gott, ist der gruselig. Fuck. Ah. Boi. Wow. Ding, ding, ding. Guck mal, hier in diesem Level sind die Bienen sogar tatsächlich ziemlich schwierig auszuweichen. Blob, blob. Oh, einen verpasst. Netzt nicht mehr. Hier, zehn fehlen noch. Wo sind die letzten zehn? Wuuu. Sorry, wenn ich bin neidisch. Yeah. Blob, blob. Wie so ein Clowns-Geräusch. Wie so eine Clowns-Nase. Wie sie ist, bäb. Überlandet. Schon lustig. Schon. Boni. Blob, blob, blob. Komm, hoch, hoch, da, hoch, da. Komm, schwimm hoch. Schwimm hoch, du Ente. Was ist noch mal, du bist? Ich komm, du bist der Ente. Hoch, da. Wow. Knapp. Oh, jetzt wird das Spiel laut. Ja, da kommt was gedrückt, was mich durch. Geht irgendwas? Also die Clown geht richtig ab. Aha. Okay. Oh, die Biene war fies. Mir fehlen noch ein paar. Sind das die letzten? Wow, wow. Ja, sieh, 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 sieh. Oh, die Biene war fies, sieh, 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 sieh. Sieh eigentlich ziemlich kid-friendly aus, aber das ist schon ein bisschen gruselig gewesen. Naja. Win die Ocean nächstes Level. Okay. Gibt's hier auch wieder Ste... Ja, natürlich waren hier Sterne am Anfang. Oder sind hier halt welche. Ach, kriegt ihr noch? Ja. Oh, hier sind auch noch welche. Ja, ich dachte, die könnt ihr von mir verstecken, ne? Nee. Nix da. Nix da. Oh, falsch. Da kann man die Kamera nicht rauszoomen. Hier hätte es Sinn gemacht. Oh. Das Schiff da hat einfach Augen und ist gigantisch. Krass. Oh, da geht's also lang. Okay, Alter, Alter. Lass mich hier einsammeln. Okay. Oh. Wow. Wow. Nein. Nein. Wow. Wow. Knapp. Wow. Oh, das ist jetzt schwierig. Uh. Uh. Ja. Ja. Nice. Ding, 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 ding. Checkpoint. Vum, vum. Okay, nice. Hier hoch. Vum, vum. Okay, du schminkst irgendwie diagonal. Mach du dein Ding so. Du, 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 du. Bühne, ding, ding, ding. Checkpoint. Ja. Oh. Ja, den brauche ich sogar. Weil ich hier geslippt und slided bin und es bin ein Appiel. Okay. Hier sind ein paar Ständchen. Ich muss gucken, wo die ein paar sind. Wo ich, äh, riskieren darf zu sterben und wo nicht. Wo es sich lohnt und wo nicht. Hier würde es sich lohnen, weil hier sind welche. Oh Gott, die Kamera. Easy work. Hab ich mich verpasst? Nein, ich meine, ich hab bisher alle. Boah. Ich glaube, das hier sind bisher alle. Ja, komm, gehen wir weiter. Ich glaub, wir sind alle bisher. Wow. Das Land der Bienen. Dies erscheint. Wow, jetzt werden sie aber richtig stark. Landeplatz aufs Flugzeug. Da hinten. Passagiere warten schon. Warte. Ähm. Irgendwie fehlt mir was. Oh nein. Warte, ist es hier hinten? Nein. Mir fehlt was, Leute. Ich hab irgendwas verpasst. Oder ist es hier am Ende? Nee. Ich glaub, ich hab irgendwas verpasst. Ich tue es halt nochmal kurz. Oh, ich seh's, glaub ich. Moment. Kann sein, dass ich's grad gesehen hab. Moment. Wee. Hier, oder? Hier links. Ist es hier links? Bitte sagt mir, ist es hier links. Ich möchte das Level nicht neu machen. Ja. Ich hab gedacht, es ist dort hinten links. Aber nein, es ist hier links. Alles klar. Das macht natürlich auch Sinn. Egal. Beides würde Sinn machen. Das war halt, äh. Auf den anderen. Nicht schlimm. Ich hab alles. Ich muss es nicht neu machen. Und wir sind gelandet. Perfect landing. Nice. Hungry Mountain Peak. Oh, der Berg hat Hunger. Oh, der ist einfach kurz verpackt. Egal, nicht schlimm. Plop, 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 plop. Oh mein Gott. Hi. Na? Alles gut, Bro? Willst du Hagen? Oh, nein, will er nicht. Alles klar. Nein, nicht. Hi. Soll ich hier rennen? Ich weiß es nicht. Nee. Ich glaub nicht so, nicht so kluge Idee. Jackie! Wow. Nicht rennen. Manchmal soll man nicht rennen, weil, äh, man die Kontrolle verliert. Und dann sowas passiert. Genau. Äh, ja. 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 Oh. 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 Rennn. Tori, renn. Okay, jetzt entspann dich. Entspann dich. Sammel die Sternchen und renn. Und entspann dich. Und renn. Bro, bist du riesig. Bro, sind zehn. Geh mal zum Zahler. Sie sind ja wirklich polygonisch pieksig. Dann hätte ich ja Angst vor mir selbst, wenn ich solche Zähne hätte. Wow. Oh. Hey. Tschöki. Nice. Nice. Wie das Eis. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an Sunshine. Komm schon, gib her. Okay. Kann ich, äh, den Stern haben, bitte? Und nicht sterben dabei. Danke. Wow. Nein! Ich hab den Stern. Ich hab den Stern. Da, er zählt. Ich weiß nicht, ob diese Sterne zählen sollten. Ich glaub erst, wenn man den Checkminder aktiviert hat, sollten die zählen. Aber naja. Wow, ist das schnell hier. Wow, wow. Entspann dich, entspann dich. Oh, oh, oh. Oh, ein bisschen dagegen lenken. Das hilft. Oder einfach ganz zu rushen. Ich glaub, ich kill mich sogar noch mal ganz kurz am Ende. Kurz vorm Ende, weil ich würde tatsächlich gerne das Ganze hier runterrutschen, ohne abzubremsen. Das würde ich mal versuchen. Wow. Ach, egal, komm. Hey, mir fehlt was. Oh, das ist da unten. Wee! Wow. Wee! Boing. Joing. Joing, joing. Ja, hier ist das Letzte. Hier ist der Rest. Hier ist der Rest. Yeah. Hey, man sieht sich nicht. Ciao. Ich sehe dich nicht. Edgerunner oder Edgerunner. Wie man es will. Dunkel ist es, ja. Wo fahren wir hin? Ah. Interessant. Cool. Alter, war das knapp. Das Zonde fängt sich ein bisschen an wie ein Mario Bros. 1, wenn du die Flagge hochkrempelst. Oder, nee, runter. Äh. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich meine. Okay, das hier ist schwierig. Alter! Hä? Hä, was war das denn jetzt? Aber, Alter, waren die ganz schnell. Hier, die sind richtig schnell. Oh, nein, ich hab noch nicht genug Schwung. Dann üben wir nochmal. Hier, zack. Juuu. Alter. Ich komm noch nicht dran. Letztes Level, oder besser gesagt vorletztes Level, weil es kommt ja noch, äh, wahrscheinlich so ein kleiner Bosskampf oder so, vermutlich. Okay, ich hab Angst ein bisschen. Oh. Okay, ich hab alle. Bis der gerade sterbe. Ich hab alle. Nein, hochsaft. Oh mein Gott. Nein. Oh. Nein. Oh. Oh. Okay. Ja, noch nicht. Jetzt kommt doch endlich. Okay, rüber. Oh, ich hab ich nicht. Oh, doch. Oh. Nein. Nein. Komm schon, jetzt prüge mich rüber. Das ist schon nette Musik, aber ist jetzt nicht so krass. Hä, schlaft ihr? Gute Nacht. Ja. Äh, was? Ach, da muss ich mit Speed rüber. Okay, let's go. Juuu. Ah, da ist der Checkpoint. Moment. Zack, zack. Und. Okay. Aufpassen. Auch so ein bisschen was vongemacht. Galaxy hat das Ganze hier. Ein bisschen schon. Vielleicht nicht wirklich so vom Stil, aber vom Level-Design vielleicht ein wenig. Was ja jetzt auch allgemein nichts Schlechtes heißt. Das ist nur so, dass mich das halt so ein bisschen dran erinnert. Ja, das macht es halt ein bisschen einfacher. Ich kann halt so oft sterben, wie ich will und das Effekt hat halt gar nichts. Also ja, vielleicht mein... Rang, aber habe ich ja sowieso schon gesagt, dass der mir eigentlich ziemlich egal ist. Ich will einfach nur das Spiel 100% durchspielen. Und das war's. Und das war's. Eins, zwei. Ich fühle nicht mehr so viele. Komm schon. Ich will keinen verpasst haben hier, ja? Und nochmal. Checky. Nehme ich mit. Hoch da, hoch da. Wie schaffe ich den Sprung dann aber nicht? Logic. Warte, ich drehe mal ein bisschen rum, dann sehe ich den Sprung auch besser. Wow. Alter, ich schaffe den Sprung nicht. Geht doch. War jetzt nicht schwer eigentlich. Boah, die jickeln hier aber richtig krass. Na, der nur so ein bisschen. Okay. Das ist jetzt wiederum ein bisschen seltsames Game Design, um euch zu sein. Sonst hätte der Entwickler gar keine Ahnung, was er jetzt machen sollte. Lass einfach alle Fahrzeuge mal wackeln. So, das müssten jetzt alle sein, wenn ich zählen kann. Zack. 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 Nice. Und nun das letzte Level. It's right. Das ist nun doch ein Horror Game. Start. Oh, es ist noch ein ganzes Level mit 50 Sternen. Okay. Haben das Klima auch noch hin. Das kann wahrscheinlich ein bisschen längeres geschnittenes Video hier werden. Aber na ja, wenn es euch so gefällt, dann kann ich gerne noch mehr von sowas machen. Wo ist es lang? Ich lag falsch, oder? Hm? Da komme ich ja nicht hoch. Das schaffe ich ja nicht. Wo ist es hier hin? Also ich kann ja auf jeden Fall stehen auf diesem Pixel. Ähm. Fenstern. Ich glaube, ich muss nicht so gelangen. Ja, kann gut sein. Oh. Gib her. Gib her. Danke. Oh, was ist denn das da hinten? Ist das der Bösewicht? Es ist Monster. Der Bösewicht. Der Bösewicht ist Friesen. Der Bösewicht ist Friesen. Und Checkpoint. Mhm. Ja, wo geht es jetzt lang, ne? Hier würde es runtersliden gehen. Okay, aber was ist dann hier? Ist ja ein Secret. Kann ich hier einen Charakter freischalten? Wow. 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 Na, das kann tatsächlich so gut sein, weil hier kommt man irgendwo lang. Irgendwo so ein Bonusvieh hier hinten. Da sie ist... Nichts. Okay. Kommt man doch nicht lang. Nice. Warte, da war doch was. Hier. Ja, hier ist was. Achso, falls man hier runterfällt, dass man nur eine Chance kriegt. Achso. Ich dachte, da wäre noch irgendwie ein paar Stellenchen, die ich sonst ganz fies verpassen würde. Nope. Oh, gehen wir nochmal alle Level durch? Es wirkt so. Wenn hier nochmal die ganzen, äh, Büsse sind. Ganz ein Lastwagen. Tui, tic, 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 checky. Nehmen wir mit. Nehmen wir eigentlich immer mit. Oh ja, doch. Das zeigt nochmal so ein bisschen Elemente von jedem Level. Das finde ich cool. Auch wenn wir das gerade eben hatten. Ein ziemlich kurzes Spiel, aber trotzdem nicht schlecht. Wo? Wie fällt das hin? Hier hoch. Mhm. Cool. Wow. Wow, das Ding ist riesig. Hier rauf. Alrighty then. Hä? Kann ich da rauf? Moment. Wo muss ich lang? Ich glaube, ich muss da lang, um da zum Checkpoint zu kommen. Aber, jetzt wundert mich das. Kann man? Ich musste es ausprobieren, okay? Ich musste es ausprobieren. Es sah so aus. Also, da hätte man ein bisschen besser kennzeichnen können. Oder zumindest das Ding ein bisschen weiter nach oben stellen, damit ich da nicht versuche, dran zu springen. Da kann man auch abspringen. Abkürzung bestimmt, oder? Für Speedrunner kann man da dann lang abkürzen. Ja, bestimmt. Aber, ich spiele es ja jetzt gerade nur für das 100%. Ich spiele es jetzt gerade nicht für Speedrun. Oh, hier muss man lang. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Donkey Kong. Oh, da muss man lang. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah, komm schon. Profette, komm lang. Ich glaube, ich bin die Fall. Ich lebe. Okay, manche Jumps sind ziemlich scary. Ähm. Oh. Hä? Was ist hier lang? Scheinbar. Okay, ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ja, hier sieht man es nochmal. Hier hätte man abkürzen können. Ja, ich hoffe wirklich, ich habe keine Stellenchen verpasst. Aber ich sehe auch gerade von der Render Business keine. Okay. Moment, bevor ich jetzt da rumslippenslide. Wo fühlt mich das hin? Nach ganz oben. Weil so ganz weit weg, ne? Wo fühlt mich dann das hier hin? Mit Speed? Letztes Level nochmal so richtig komplex und riesig. Äh. Ich glaube, das ist ja alles nur random aufgebaut. Lassen wir es einfach. Oh, da. Ja. Jump. Jump. Oh. Oh. Was ist das hier? Ich habe alles. Ist das Ziel? Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Oh, ja, das ist das Ziel. Ich sehe es. No. Jump time. Okay. Er hat sein Eis bekommen. Es ging die ganze Zeit nur darum, dass er sein Eis bekommt. Thank you for playing. To Re 3D. Ja, also. Spiel war ziemlich cool. Dafür, dass es nur 1 Euro gekostet hat. Ich finde, das. 1 Euro. Ich finde, das lohnt sich schon. Ich meine, jeder hat 1 Euro, oder? War schon ziemlich cool. Es gab, es gibt wirklich nichts, was ich bemerkern könnte. Vielleicht die Musik ein bisschen besser, aber. Das ist wirklich nützlich. You got Magbat. Okay, neue Charakter. Also muss ich jetzt mit dem auch nochmal das Spiel durchspielen. Ich glaube, ich werde das Spiel sogar nochmal spielen, weil, äh, anscheinend gibt es hier so einen Fang, oder so. Hier irgendwo lang. Hey. Ich denke, du musst mit dem machen. Nice. Okay. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wenn wir das Ganze hier nochmal spielen. Wahaha. Ja, ja. Lach nur, nur. Und dann werden wir aber mit einem anderen Charakter hier durchspielen, denke ich. Und ja. Dann bis zum nächsten random Steam Game. Eitt席 ist Eitt席 ist Eitt席 ist Eitt席. Eittes feine. Eittesabi. Eittesai. Eittesai. Vielen Dank.